Hallo und herzlich willkommen. Ich spiele hier gerade eine Minecraft, äh, ich spiele gerade hier Survivor Games bei Minecraft. Und ich habe das jetzt einmal gespielt. Und jetzt mal schauen, was ich hier so mache, ne? Oh, perfekt. Und jetzt mal schauen, was ich hier so mache. Dann mal schnell in der zweiten Runde rein. Oh, grafige Kiste. Ah, Mist, aber eingepfiehlt. Okay, jetzt mal noch schnell eine Runde. So, die nächste Runde. Da ist halt die Kiste. Das ist halt die Kiste. Und jetzt mal schauen, was ich hier so mache. ach Mist Mist Na gut, ok, noch ne Runde Das waren ja 2, 3, 4, schnelle Runde Jetzt die fünfte Ich bin so ein schlechter Minecraft-Pvp-Zocker Oh, jetzt ist die vierte Runde Oh, eine Kiste genau vor meiner Nase Und dann noch eine Oh, das ist schon Schnell Oh Ich bin nicht auch noch gerade eine Da ist Ach, ich hab zu viel geträumt Hoi Was, alle guten Dinge sind 5 War das oder? Derivate-Game Auf einiges Da ist eins Steht einer Das kommt noch keine Freude Das kommt noch keine Freude nicht eingesammelt ach mensch na gut ok das reicht für heute fünfmal hintereinander verloren ich glaube ich habe insgesamt nur zwei Kills gehabt naja ich hoffe euch hat die Folge gefallen mir nicht ich bin wohl gestorben und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen Bye